Das war krass. Einmal über die Nordsee, rüber nach Norderney. Alles ist dreckig, alles ist eklig, alles tut weh. Ein 48 Stunden Trip. Viel Spaß. Das war eine gute Idee. Scheiße. Das war eine gute Idee. Das war eine gute Idee. Das war eine gute Idee. Wie man hier im Hintergrund unschwer erkennen kann, es ist noch kein Wasser da. Das war eine gute Idee. Oh, hier wird es aber besser. Wir haben es fast. Scheiße. Ich häng komplett tief fest. Jetzt bin ich klatschnass. Ich fall um. Die Flut kommt immer näher. Und auch hier unser kleines Stückchen, wo wir draufstehen, wird immer schmäler. Das heißt, wir müssen reinhauen. Bis gleich auf dem Wasser. 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 So, tschüss Festland. Verbindung zum Boot. Bis gleich auf dem Wasser. Bis gleich auf dem Wasser. Bis gleich auf dem Wasser. Land, man kann stehen. Land, man kann stehen. Es ist kalt, nass und hart. Ja, das Wasser ist noch nicht ganz wieder da. Ah, fuck. Ich liebe es. Ja, wie man sieht, wird sich nicht wunderschön. Wir haben ein kleines Problem, denn da vorne sieht es nicht besser aus. Ich habe jetzt hier schon mal die Beutel rübergetragen. Die Hoffnung ist jetzt, dass hier diese Gasse bis dahinten geht und wir ins Wasser kommen. Jude kommt da gerade schon mit dem Boot. Wieder mal Geschleppe. So, wir sitzen im Wattfest, warten auf Wasser. Also, erstmal ein Käffchen genießen. Wasser in Sicht. Okay. Ah, die ist da. Wir nutzen jetzt die Flut. Das war geil. Okay, das hört was. Ah, ganz bitter.